moin leute herzlich willkommen zu kaffee klatsch kaffee klatsch sind wir hier ich bin in meinem neuen büro wie ihr seht schön hier für alle die auf youtube zu gucken extra aufgeräumt für euch ganz viel nein spaß beiseite wir reden nicht über neue spiele sondern wir reden über ein spiel zwar minecraft aber nicht normales minecraft sondern in der mod engineers live 2 heißt diese mod die haben wir gerade ein modpack stimmt sind 256 mods verzeihung du hast natürlich haben wir ein bisschen zeit investiert in der letzten zeit ja eigentlich sind wir darauf gekommen weil wir einfach bock hatten minecraft zu spielen aber eben nicht normaler da haben wir ja schon mal durch gespielt quasi manche sagen ja minecraft kannst du nicht durchspielen deswegen haben wir was neues gesucht und ich sag mal erzähl doch mal was da so gibt ja geben geben tun da einiges sag ich mal erstmal was für mich war oder ist engineers live die erste mod oder überhaupt das erste mal mod berührung bei minecraft davor nur vanilla gespielt und die irgendein minecraft mod auch nur angerührt dementsprechend war dieses modpack was wir halt uns einfach so rausgesucht haben einmal durchgescrollt was gibt es da und das sah ganz interessant aus sehr overwhelming sagt man glaube ich mal der fokus von der mod liegt auf automatisierung strom strom versorgung dass du eben deine ganzen maschinen dann eben betreiben kannst und im endeffekt würde ich sagen sind natürlich ganz ganz viele kleine mods drin wie wenn du stirbst dass deine leiche liegen bleibt und du deine sache nicht verlierst und ganz ganz viel kleiner gimmick kram da der jackpack gibt und was weiß ich nicht alles also neue biome ohne ende sowohl in der normalen overworld als auch im nether als auch im end gibt es halt etliche biome und all solche sachen die es halt deutlich interessanter machen auch ganz viel neue gebäude points of interest sag ich mal ob es dungeons sind irgendwelche türme sind viel mehr dörfer viel mehr verschiedene dörfer sky villages also dörfer die in der luft sind also von sowas ist da ganz 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 viel drin die halt das spiel an sich schon mal sehr viel interessanter machen gerade wenn man mit vanilla minecraft eben gespielt hat und das ja irgendwann ist es so ein bisschen ausklutscht ich meine ich verstehe wie man seine 1000 stunden 2000 stunden in minecraft stecken kann indem man eben spaß am bauen hat diese welt zu gestalten aber das eigentliche spiel sag ich mal das ist ja irgendwann ende da kenne ich dann eben alles und dann bin ich auf meine eigene kreativität angewiesen und da kommt dieser punkt viel 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 später weil ich immer viel mehr zu entdecken habe und viel mehr sagt man eben mehr anschauen kann und dann kommt so dieser hauptfokus das sind so also zehn würde ich sagen 10 15 große mods hier und eben so das ganze spiel halt erstmal verändern in seiner eigentlichen bestimmungen und das ein großer teil ist dieses becoming engineer also man hat da so ein questbuch eben und man kann dann eben um sich da so ein bisschen durchzufuchsen halt wie gehe ich überhaupt jetzt vor mit den ganzen mods gibt es eben verschiedene questpunkte die man abarbeiten kann und ein großer punkt ist eben dieses becoming engineer und da geht es eben um diese automatisierung zum großen teil und eine ganz coole sache die ich zumindest sehr cool finde sind halt multi blocks die es dort gibt heißt man setzt nicht einfach einen block und hat eine maschine sondern man setzt bestimmte blocks in einer bestimmten reihenfolge wo man auch so ein projekt dafür hat und man weiß wie man es bauen muss und im questbuch steht auch welche blöcke man auch braucht und wenn man die alle zusammen hat richtig aufgebaut hat dann hat man so einen tollen hammer und dann klatscht man an der richtigen stelle gegen und dann hat man damit quasi eine maschine einfach das fängt dann an mit einem crusher wo man halt sein ohr reinwerfen kann muss man nicht machen man kann sich auch ganz normal weiterhin schmelzen wie man es in Vanilla Minecraft eben macht wenn man es in so eine furnace schmeißt der crusher hat eben den vorteil der macht da grid raus und aus einem ohr werden zwei grid wenn man sich dann so eine electric furnace noch dazu baut dann kann man eben aus einem grid ein ingot machen heißt also man verdoppelt sein income quasi von vom ohr was man gesammelt hat das so der erste schritt dann hat man natürlich fließbänder wo man eben dann gucken kann ich schmeiß das hier eben in den crusher rein und automatisch wird das grid eben in eine furnace geliefert und eine furnace dann meinetwegen noch in mein lager das ist so eine option die man hat dann bekam ein engineer ist ein großer punkt der excavator würde ich sagen der einem automatisch ohr fördert muss man auch sich bestimmte stellen suchen nehmen man hat dann ein werkzeug mit dem man rumlaufen kann und gucken kann was ist denn hier los und mit Hilfe von ein von weiß nicht wie viele hundert büchern es da irgendwie gefühlt gibt die einem dann alles erklären was man da in den mods macht ähm steht dann drin wenn da steht das ist der name von dieser stelle wie heißt das da von diesem und dieser ader das ist dann was du halt erwarten kannst an ressourcen dann kommt da zu 70 prozent iron raus genau so eine vein dann kommt zu 70 prozent iron raus und zu 30 prozent aluminium oder irgendwie solche geschichten gibt halt eben auch neue erze die es standardmäßig nicht gibt jede menge und so baut man sich eben dann so stück für stück dadurch und kriegt halt immer mehr automatisierungsmöglichkeiten um dann so eine ja im endeffekt eine große fabrik aufzubauen die dann im optimalfall voll automatisch läuft ja ich würde sagen das so der hauptfokus sag ich mal von von diesem automatisierungsgeschichten und dazu kommt dann die ganze stromgenerierungsgeschichte ein greenscreen hat keinen bock mehr äh offensichtlich ja geht und strom ist so ein bisschen das ist das was mich am meisten stört irgendwie in diesem modpack ähm weil es gibt da verschiedene möglichkeiten strom zu generieren das fängt an mit irgendwelchen windrädern wasserrädern thermoelectric generators wo man dann links also auf einer seite einen kalten block baut auf der anderen seite einen heißen block baut also zum beispiel wasser und lava oder auch eis und uran blöcke kann man dann zum beispiel nehmen umso höher der temperaturunterschied ist umso mehr strom generiert das dann zum beispiel sind dann so diese kleinigkeiten und später kriegt man generatoren die halt eben mit diesel was man erstmal herstellen muss dann eben strom generieren und noch später kann man auch atomkraftwerke bauen was eben ganz cool ist ähm und das an sich ist halt auch alles okay und das funktioniert auch alles ähm es gibt halt eine mechanik die mich da so ein bisschen stört und das ist äh man zieht dann eben kabel von der stromgeneration zu hin zu seinen machinen und es gibt verschiedene stärken von kabeln drei verschiedene kabel gibt es da eben ähm und umso besser der kabel ist umso mehr spannung hält er halt aus und wenn diese maximal spannung erreicht ist dann brennt der kabel durch das heißt das kabel für alle alle die da die jetzt meinen der sagt hat falsch aber der p sagt dazu da gewöhnt man sich dann den kabel den kabel den kabel den kabel und diese mechanik wann das genau durchbrennt ist zumindest für mich irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar das ist so ein bisschen was was mich irgendwie nervt und ansonsten ist das halt ein sehr cooles modpack und du kannst ja mal erzählen weil es da noch alles tolles gibt weil es gibt halt eben nicht nur diesen becoming engineer großen baum sondern noch ganz ganz viele andere bäume es gibt dann doch so dermaßen viel also ein teil wo wir jetzt so langsam oder sicher mal so ein bisschen mit angefangen haben also der p hat damit angefangen nennt sich industry and oder industry and beyond oder so ähnlich wo man noch mehr automatisierungsmöglichkeiten einfach hat was ähm alle möglichen belange angeht das heißt du kannst dir farmen aufbauen für für deine ähm für deinen weiz also für weed farms kannst du dir machen du kannst alles was du anpflanzen kannst kannst du damit automatisieren ja das wird gesetzt also gesät geerntet und dann kannst du es natürlich wieder durch die ganzen Sachen von becoming engineer zu deinem lager transportieren lassen und dann hast du irgendwann das problem dass dein lager voll ist mit weed oder mit dem ganzen anderen zeug was ich glaube da sind irgendwie 64 verschiedene sachen die man anbauen kann also neben der bekannten kartoffel und dem dem weed wird dann noch irgendwie barley und reis und corn grapes und haste nicht gesehen also ist halt auch noch mal so ein zusätzliches teil ähm culinary ähm engineering und das schöne ist diese mods greifen halt auch ineinander das heißt man macht erstmal den becoming engineer bis zu einem bestimmten punkt damit man im industry and beyond überhaupt mit anfangen kann weil du dafür bestimmte materialien brauchst die du halt erst bekommen kannst wenn du becoming engineer bis zu einem bestimmten punkt gespielt hast und und wenn du dann extra beyond ein paar sachen gemacht hast dann kannst du halt mit in den nächsten mod reingehen die da zum beispiel auch heißt pneumatic craft ähm wo man dann seine maschinen baut die nicht mehr mit strom äh betrieben werden sondern mit druck also einfach mit mit luftdruck und den luftdruck kannst du erzeugen indem du ähm kompressoren hinstellst die du mit kohle anfeuerst später gibt es auch noch äh gerätschaften die durch wärme angetrieben werden aus benachbarten blöcken heißt zum beispiel wenn du irgendwo eine furnace stehen hast kannst du daneben diesen generator stellen der nimmt dann die wärme von der furnace auf und macht daraus luft oder luftdruck ne kannst du damit deine sachen betreiben ähm gibt mit jedem pack wieder mehr materialien interessante sachen die man sich bauen kann also mit pneumatic draft zum beispiel kannst du dir theoretisch ein logistik system aufbauen das auf basis von drohnen funktioniert also sprich wo dann drohnen rumfliegen und sachen bringen und abholen ähm du hast dann wieder eine komplett neue rüstung auch zum beispiel du mit upgrades versehen kannst also mit sprunghöhen upgrades mit speed upgrades mit live upgrades also live in dem fall wäre einfach dass das eine rüstung hat das ganze ding ähm ist wenn man erstmal das erste mal reinguckt wirst du vollkommen erschlagen von dieser von diesem modpack das der absolute wahnsinn was auch dazu geführt hat dass ich anfangs ähm relativ wenig bock hatte großartig zu bauen ich bin mehr rumgerannt und hab mich darüber gefreut weil ich so alles neues finde ähm was ich halt vorher noch nie irgendwie gesehen habe was das nicht gab und das hörte halt nicht auf und wir haben irgendwie ich glaub wir haben heute jetzt insgesamt vier wochen oder so sind wir glaube ich mit minecraft dran kommt hin ungefähr ja 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 und ähm ich hatte an der stelle rum geschwommen ja auf einmal bin ich auf ein piratenschiff hatte ich nach fünf wochen minecraft noch nicht gesehen hatte einfach im merken piratenschiff ja wo dann halt pillager drauf unterwegs waren und das war schon ganz cool ja man hat neue advancements wie man es halt von vanilla kennt und ganze zeug was man da machen konnte mit ähm halt ein bullseye block also so ein ziel scheiben block treffen mit aus 50 metern entfernung ins bullseye ähm gibt es da für jede für jedes einzelne modpack so ein modpack was wir alle drei noch nicht angefangen haben was wir noch nicht wo wir zwar schon mal was gefunden haben aber was wir einfach noch nicht gemacht haben ist die TARDIS es gibt alte TARDIS ich fand das total geil und dann hab ich gesehen was man dafür alles machen muss und hab mir gedacht so ne dafür brauchst du erstmal viel zu viel andere Sachen um ähm dir mit so einer TARDIS jetzt anzufangen äh zu interagieren weil was einfach nur was man dann halt dazu gelesen hat du musst das Vertrauen einer TARDIS gewinnen indem du ihr zum Beispiel aufgedeckte Karten gibst oder ähm einen Kompass äh gibst und irgendwann mag dich diese TARDIS weil auch so wie es bei bei Doktor Who ist äh die TARDIS ist halt mehr oder weniger ein Lebewesen oder ein lebendiges Schiff und wenn du dann halt einmal die das Vertrauen der TARDIS hast musst du dich auch wirklich um deine TARDIS kümmern das heißt du musst sie reparieren du musst sie in Stand halten du kannst sie dann ausbauen du kannst sie umdekorieren aber du musst dafür halt auch äh einiges an Materialien haben so das war dann so der Punkt wo man sich gesagt hat ja mit dem was wir bis jetzt machen können lohnt sich das einfach noch nicht zu versuchen sich eine TARDIS äh anzuschaffen und wird irgendwann wird ich das auf jeden Fall auch noch machen weil ich hab's bis jetzt noch nicht gemacht und ist wie gesagt fünf Wochen und es gibt immer wieder neue Sachen die man findet die man neu sieht und das ist schon einfach Wahnsinn was da alles mit reingekommen ist das stimmt ja für mich war das ich hab glaube ich mich als erster so versucht rein zu fuchsen in überhaupt wie geht das hier und was muss ich hier und wo bin ich überhaupt und wie viele und achso ja so war das ähm es ist halt einfach wirklich überladend am Anfang ne es ist eigentlich eins der einsteigerfreundlichsten Modpacks wo ich mir dann aber wiederum denke so wie kompliziert kann die Scheiße denn noch werden ne weil ja du hast halt was mich da so ein bisschen dran stört ja du hast hier dieses Questbuch aber du hast keine keine Limitation dass du so die anderen Sachen einfach noch gar nicht siehst zum Beispiel also das das ist so ein Ding ich hatte mal in in ein anderes Modpack reingeguckt in äh äh wie hieß es hier dieses S-Tech Ages S-Tech Ages S-Tech Ages oder so ja irgendwie sowas ähm und da ist es wirklich so du hast du hast du kriegst eine Quest die machst du dann kriegst du eine neue Quest so die machst du auch und dann siehst du vielleicht okay da kommen zwei neue Quests raus oder drei neue Quests raus aber du kannst die Quests noch nicht wirklich sehen das heißt du weißt auch gar nicht genau was muss ich als nächstes machen das ist noch ein bisschen sag ich mal für dich einfach das lässt dir keine Wahl außer das so zu machen wie das Spiel das sagt ne das so dieser dieser rote Faden hat mir ein bisschen gefehlt jetzt so in Engineers Live in der in Modpack Beschreibung steht halt auch so im Endeffekt dass dieser ganze der ganze Questbuch das ist so ein grober Leitfaden ja genau in welcher Reihenfolge ist es seines erachtens nach sinnvoll man es gibt aber auch Möglichkeiten das in anderen Reihenfolgen dann eben zu machen ne das ist halt wirklich nur wenn du musst die Quests auch im Endeffekt ja nicht wirklich erfüllen also bring jetzt ein paar Boni größere Belohnung dadurch aber wenn du das nicht machst dann ist das halt auch egal in der Theorie was ich halt so dieses dass das vielleicht Sinn ergibt das in dieser und jener Reihenfolge zu machen manchmal brauchst du aber auch einfach Sachen die du noch gar nicht machen kannst wenn du nicht ein anderes Modpack anfängst das ist halt auch so ja es macht mega Bock das hat mega Bock gemacht ich hab mich da mittlerweile rausgezogen weil ich einfach an dem Punkt bin dass es mich mehr nervt weil irgendwas nicht funktioniert äh ja Bugs sind da auch ein bisschen drin so aber die halten sich in Grenzen aber es gibt so manche Sachen die die funktionieren nicht selbst wenn ich sie auf 8 verschiedene Arten und Weisen versuche ähm gerade bei diesem Pneumatic Craft bei den Wärmetauschern nenne ich sie jetzt einfach mal die dann irgendwie synthetisches äh synthetischen Fuel herstellen ähm die brauchen Hitze ja dann steht halt mach halt Hitzeblöcke drumrum ja okay nehmen wir mal Lava Blöcke ja ist nicht warm genug gut es gibt Uran in diesem Spiel Uran ist wärmer als Lava in dem Fall dann reicht auch nicht hm so dann gibt's noch äh diese irgendwas tubes ja da musste ich das ist ein Ding da will ich auch ganz kurz einhaken das war das Problem was ich auch mit der Mod hatte ich hab halt versucht diesen äh Thermo Pneumatic Generator oder so ähnliches ja oder Converter hatte ich versucht ans Laufen zu kriegen und und abgesehen davon dass du halt eine bestimmte Menge an Druck brauchst damit dein deine Flüssigkeit konvertiert wird in dem Fall war es Öl Öl wurde zu zwei bis vier äh Materialien je nachdem wie viele Tanks man drangeklatscht hat ähm fehlte mir halt Hitze und ich hatte keine Ahnung wie ich halt mit der Hitze hinkriegen soll ich hab halt alles mögliche probiert ich hab die ummantelt mit anderen Steinen damit ähm da keine Wärme verloren geht weil das halt in den unter in dem Interface angezeigt wurde von dem Gerät konnte man sich halt Probleme anzeigen lassen ja 24 äh Seiten sind offen dichte das mal ab ja deine hingepackt weil hatte ich halt gerade wusste nicht was man sonst nehmen kann ja es gibt dafür tatsächlich ein eigenes Teil was man bauen kann und das hilft dann auch sehr gut ähm das muss man aber wissen so und dafür gibt's zum Beispiel im Questbuch keinen Punkt so du wirst manchmal einfach nicht gut durchgeleitet es gibt diese Pressure Chamber Wall ne die kann man zum Beispiel nehmen so aber ich hab halt ich hab alles versucht bis auf diese komische Röhre da die Vortex Tube Vortex Tube weil ich einfach keinen Bock hatte diese Vortex Tube mir irgendwie zusammen zu denken weil die ja auch unfassbar teuer ist und du dann auch noch gucken musst dass die funktioniert weil die ja auch nur dann richtig funktioniert und Hitze abgibt wenn du sie richtig benutzt und da hab ich mir gedacht nee brauch da halt so ein bisschen was von diesem synthetischen Fuel und dann dachte ich mir so nee ich hab keinen Bock jetzt mir hier großartig noch Gedanken zu machen das funktioniert so nicht wie es da drin steht ich hab das ummantelt mit Chamber Walls oder mit äh Uran Blöcken alles gemacht es ich kam nicht über 15 Grad es ging nicht es stand auch eigentlich also der Tooltip sagte hey alles cool hast du gut gemacht es wurde nicht warm so wie mein Green Screen ich bin auch nicht warm ach jetzt ja das ist halt teilweise wirklich das Problem ne dadurch dass es einfach so viel einfach ist ne du wirst halt eben nicht du wirst halt manchmal so ein bisschen eben alleine gelassen mit manchen Sachen und musst dir viele Sachen entweder selber rausfinden und manche Sachen also man hat halt bei bei diesen ganzen Kram halt ich sag mal zum Projekt damit man diese Multi-Blöcke ähm bauen kann und das Questbuch sagt dann ja bau hier einen Crusher bau irgendwie ein Excavator bau weiß ich nicht ein Assembler und 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 dann gibt es dann wie ganz viele Sachen die das Questbuch sagt und irgendwann guckt man halt mal so durch und geht mal den Projekte durch und sieht es gibt halt noch mehr die stehen halt nirgends in dem Questbuch na es gibt zum Beispiel den Engineer's Table den man halt auch so als manuelles Gerät bauen kann da packt man halt Blueprints rein um bestimmte Sachen craften zu können ähm das kann man auch als automatisches Teil bauen aber man auch packt da auch ein Blueprint dann rein und da läuft es eben automatisch durch wenn ich es dann halt mit Materialien könnte ist ein bisschen schade dass das dann irgendwie nirgends so im Questbuch so als als Pünktchen irgendwo das muss ja kein kein Hauptweg sein so ein Nebenpunkt irgendwie sowas mal noch angezeigt wird weil man muss sich das selber raussuchen ja ist jetzt nicht schwierig daraus zu finden aber man achtet halt gerade am Anfang nicht drauf weil es ist halt eben so viel einfach und du siehst solche Sachen dann einfach sehr schnell das erste war Inventar auf dann hast du rechts an der Seite das ist auch so ein Quality of Life Ding du kannst halt Blöcke suchen und Strukturen suchen und kannst direkt gucken wie werden die gebaut was brauche ich dafür die Rezepte quasi anzeigen lassen und dann sagte ich lapidar hey guck mal es gibt 256 verschiedene Items nein seit ne es gab 256 verschiedene Seiten a 64 Items ja ja und dann hast du halt noch gleichzeitig das Problem du kannst halt viele Sachen über verschiedene Arten machen ja und manche sind halt minder effektiv aber die kannst du von Anfang an benutzen die musst du dann auch erstmal benutzen bis du dann irgendwann an diesen sehr effektiven Weg dran kommen kannst und das ganze dann halt auch wieder ein bisschen sparsamer wird zu machen aber so hast du dann zum Beispiel ja ich muss mir eine Spitzhacke machen ok also suchst du dir erstmal Erze so und wenn du dann Eisenerz gefunden hast schmelzt du das ein das eingeschmolzene Eisenerz musst du dann gucken ah da muss ich eine Platte draus machen wie mache ich denn eine Platte da draus ah eine Platte mache ich aus zwei Barren und einem Engineer Sammer kriege ich eine Platte gut wie viel Platten ah du brauchst drei Platten gut dann brauchst du schonmal sechs Eisenerz um dir eine Spitzhacke zu machen und die hält dann nochmals wahnsinnig lang richtig ähm so jetzt im Nachgang ist es so durch die Automatisierung die man alles hat ist halt überhaupt kein Thema mehr weil ich mache wahnsinnig viel Eisenerz also ingots ich mache mir automatisch aus einem ingot eine Plate dadurch dass ich halt diese Presse da stehen habe mit dem Inlay für die Presse dass eine Platte gemacht wird ähm und kann das halt einfach rausziehen wir haben automatisches Inventar mittlerweile das wird gefüttert durch das System und wir können es ähm kabellos einfach aufrufen naja also sozusagen ein schönes wireless Crafting Grid was wir da haben ähm wenn man in Reichweite von der von diesem System steht kann man halt da drüber direkt craften und auch Sachen ins äh Lager schmeißen oder halt da rausziehen so der Tastora war am Anfang nicht und irgendwann hat es mich einfach nur noch höllisch angenervt ich muss zu meinem das was ich als Lager gebaut hatte hinrennen ich muss dann aus acht verschiedenen Kisten weil man halt ja auch so ein bisschen sortiert hatte ähm mein Zeug raussuchen renne dann wieder zu meinem äh zu der Workbench und oder zum Crafting Table guck da rein hast du das vergessen ja rennst wieder zurück holst dir das nächste rennst wieder hin und her und holst dir das nächste und du stehst da teilweise eine halbe Stunde um einfachste Sachen bauen zu wollen und das war wirklich nervig ja das war richtig nervig also das also das äh zu ich wollte nur kurz zu den zu den ähm Lagersystemen also alle die dann sagen ja mach doch so ein Lagersystem wie in Vanilla Minecraft und so nein du hast einfach viel zu viel Zeug das funktioniert nicht das klappt nicht so deswegen sind die drei Lagersysteme die es da an sich äh Hauptlagersysteme die es da gibt schon wichtig der Problem ist ich hab das erste halb fertig gebaut hab dann angefangen das zweite zu bauen weil mir das klüger erschien und dann fing Toto und Pei an das dritte und beste davon zu bauen und äh ja es war halt auch einfach das beste das hätte man auch direkt von Anfang an angehen können sag ich mal das wäre deutlich effizienter gewesen genau du brauchst dafür halt nicht irgendwie nochmal speziellere Materialien die du erst bekommen kannst im späteren Verlauf ähm während du dann zum Beispiel Lagersystem 1 und 2 bauen konntest du brauchst einfach nur mehr davon ja eben ähm aber dieses dritte Lagersystem ist halt einfach wahnsinnig praktisch weil du hast zentrale Punkte wo die Sache drin gelagert werden ähm und kannst das dann halt nochmal aufwerten indem du es halt erweiterst dass du da auch Flüssigkeiten reinpacken kannst alles automatisch auch wenn du das möchtest und dann gehst du halt hin und hast nicht mehr nur deinen zentralen Crafting Table der auf dein Lager zugreift sondern hast dann einfach noch dieses Wireless Crafting Grid das auf alles zugreift während du halt nur noch mal irgendwo stehen musst das heißt du stellst dich irgendwo hin willst was bauen ah mir fehlt das ja dann baue ich das eben so dadurch dass du so viele Sachen halt auch brauchst um bestimmte Sachen zu bauen ist es halt so dass du dann sagst ja ich möchte das bauen kann ich nicht weil mir fehlt noch der Block gut dann baue ich den Block nee den Block kann ich nicht bauen weil mir fehlt noch das dafür und das ganze dann halt mit diesem Grid ja durch das auf dein Lager zugreifst einfach durchklicken ja ich möchte das bauen geht nicht geht nicht geht nicht brauche das gut dann baue ich mir da jetzt 64 Stück von also mache ich mir einen Stack davon schmeiße das ins Lager damit ich das direkt wieder benutzen kann baue ich mir 64 davon dann baue ich mir nochmal irgendwie 16 davon weil ich davon zu viel brauche und dann kannst du sagen so jetzt kann ich endlich dieses eine Item bauen was ich bauen möchte aber du musst es halt nicht überall rumrennen so und unsere Bases sind halt mittlerweile groß dadurch dass du so viel hast Patrick und Timo waren da auch noch ein bisschen schlauer als ich weil ich habe mir gedacht so boah ich will meine eigene Insel haben sprich unser erster Spawnpunkt war eine schöne große Insel da bin ich geblieben und hab mir gedacht boah du baust dir Werkhallen die dann irgendwann mit in den Berg reingehen war eine scheiß Idee das sieht nett aus das ist auch ganz cool aber das war eine scheiß Idee das ist so eng gebaut da drin alles der P war vor einer Zeit einmal bei mir in der Base weil er sich was angucken wollte und meinte Alter kommst du nicht da komm ich durch ich renne direkt vor das nächste Vlies weil ja ne hier komm ich auch nicht weiter ja Entschuldigung ich muss mal ich glaub ich werd mir einfach mal so auf dem Boden ähm andere Blöcke machen damit man Laufwege angezeigt bekommt damit man weiß wo man lang gehen kann das ist wahrscheinlich eine super Idee ja jetzt wo ich dazu höre ist das eine sehr gute Idee ja insgesamt ist halt dieses Mod-Pick halt schon echt gigantisch ne und halt eben sehr überwältigend wenn man damit anfängt ähm jetzt kommt eben dazu dass alle jetzt nicht die große Minecraft-Mod-Erfahrung haben ähm also ich find wenn man halt Bock hat sich da rein zu fuchsen und auch Geduld mitbringt und einfach sagt ey dann hab ich halt mal 10 Stunden mehr investiert einfach um zu verstehen was muss ich überhaupt tun dann kann man das gut als erstes Mod-Pick spielen also bei uns hat es ja auch gut funktioniert und wir kommen ja auch weiter ähm so ist es ja nicht wenn man jetzt eher der Typ ist sagt ne das muss alles funktionieren dann ist das halt mindestens als erstes Mod-Pack wenn man halt noch nie Mod-Pack gespielt hat von Minecraft ähm definitiv nicht das Richtige weil man sich einfach relativ viel dann doch selbst erarbeiten muss ich denke wenn man jetzt öfter so Mod-Packs spielen würde irgendwie von Minecraft dass das mit der Zeit eh alles nochmal ein bisschen einfacher wird weil so ein Mod-Pack spielt über 200 Mods da eben drin und wenn man jetzt ein anderes spielt dann werden wahrscheinlich 100 Mods die halt zumindest die ganz kleinen Mods alle die man gar nicht so richtig wahrnimmt ähm die werden da auch in anderen Mod-Packs eben mit drin sein ne eben wo nicht so dieser Hauptfokus mit drin liegt so und teilweise auch größere Mods wird man auch in anderen Mod-Packs ja eben wieder finden ne also gerade hier dieses ähm industry and beyond Geschichten der wird glaube ich ganz gerne mal benutzt in verschiedenen Ausprägungen so wenn man mal irgendwie dann nochmal was googelt stellt man auch fest okay gibt da irgendwie noch Maschinen die wir irgendwie gar nicht haben jetzt in diesem Mod-Pack ähm wir haben jetzt mal so einen automatischen Filter damit gebaut irgendwie ähm den schleppt man einfach quasi übers Wasser und ähm der angelt dann eben automatisch da kann man auch automatisch dann die Filter rausziehen und normalerweise gibt es in diesem Mod-Pack ähm gibt es ein Gerät was aus Fischen Fische Öl macht und aus dem Öl kann man Strom machen haben wir aber nicht wir haben halt diesen Fischer aber da ist dann halt die Kette zu Ende für uns ähm das heißt man könnte natürlich automatisch ins Lager packen und hoffen da man irgendwelche Enchantments Geschirche Sachen kriegt oder sich die Fische einmal holt um um die als Nahrung zu verwenden oder was auch immer ähm weil also ich denke der Grund ist einfach dass man alles was Strom angeht dann so ein bisschen rausnehmen wollte um auf diesen eigentlichen Stromfokus zu gehen der dann in der Fall ist ähm ähm das ist super cool also wir haben da einen riesen Spaß mit und wir haben jetzt wirklich nur ganz ganz grob angerissen was überhaupt da alles los ist ähm das Nether funktioniert ein bisschen anders als es vorher war es gibt wie gesagt viel mehr Biome viel mehr zu entdecken äh das End also das ist mit einer der größten Begeisterung glaube ich weil ja End ist halt einfach langweilig im Vanilla-Minecraft wenn wir mal ehrlich sind da gibt es halt einfach nichts ähm ja man rennt da ewig rum um um seine äh Cities zu finden um eine Lightward zu kriegen aber das war dann halt auch im End hier nicht hier gibt es halt 15-20 Biome oder so im End verschiedene äh irgendwie sowas Keine Ahnung wie viele das sind also auf jeden Fall einige ähm und ich hab bin schon einige Stunden da rumgerannt und mir fehlen glaube ich immer noch zwei Stück die ich noch gar nicht gefunden hab ähm was man dann durch dieses Questbuch wieder sieht ähm auch da gibt es ja dann neue Materialien zum abbauen ähm also von mir persönlich wenn man Bock auf sowas hat äh eine klare Empfehlung also Engineers Live 2 wie gesagt ein bisschen aufwendig aber wenn man sich einmal reinfuchst ist echt Spaß für mich ist so zwischendrin muss man einfach mal so das eine oder andere Wiki ähm zurate ziehen ne weil wie gesagt so ein paar Sachen fehlen im Questbuch bei manchen Sachen wird man nicht vernünftig durchgeführt du kriegst für jedes Modpack ein eigenes Handbuch was du dann entweder als Questbelohnung kriegst oder dir halt selber craften kannst ähm aber selbst da drin fehlen dir einfach so ein paar Sachen ja beziehungsweise ist halt das Problem dass du nicht genau weißt wonach du suchen müsstest ne weil du halt die Packs einfach nicht kennst ja dann und von mal so ich glaub ich hab jetzt insgesamt irgendwie vier oder fünfmal ein Wiki ähm noch mit zurate gezogen einfach um zu gucken wie man etwas vernünftig bauen kann das war dann halt vor allem für Pneumaticraft mit dieser Vortex Tube mit dem ähm äh Thermal Legging damit man halt vernünftig abdichten kann und alles um zu sehen wie das geht weil fehlte mir einfach irgendwo so was zu sehen Timo ich hab dich gerade abgewürgt ja alles gut ich wollte eigentlich auch äh nochmal so ein Schlusswort reinschmeißen äh bevor wir uns hier nämlich verabscheuen äh schienen meine ich Entschuldigung ähm ich würde jeder der da Interesse dran hat und ähm ich sag mal Minecraft vielleicht normal gespielt hat und nicht so exzessiv wie wir vielleicht wir haben da doch schon das ein oder andere Minütchen drin versenkt ähm ähm macht nehmt euch einen Server einen vernünftigen Server ähm ähm und spielt das dann zusammen 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 quasi also macht ne Base wo jeder dann für irgendwas zuständig ist in dem Moment weil du kommst irgendwann an den Punkt das ist bei uns halt auch immer so ich baue halt viel Patrick versucht viel einfach zu verstehen wo ich einfach erstmal drauf losbaue und Toto ist nur unterwegs der ist halt immer auf Achse ja und äh man hätte eine gute Arbeitsteilung sag ich mal machen können ähm so haben wir halt drei Bases die auch jetzt nicht unbedingt der Performance des Servers dienlich sind sagen wir es mal so also das Modpack ist schon also zu dritt spielen auf dem Server den wir haben der jetzt nicht schlecht ist der hängt halt ein paar Ticks hinterher weil da so viel los ist oder man muss halt einfach mal Minecraft neu starten weil man sich äh teleportieren möchte oder teleportiert hat ja gut das liegt aber nicht nur an dem Server das ist wohl ähm wie Timo auch schon mal herausgefunden hat ein Mod Problem an sich dass es damit halt schon mal vorkommen kann mit diesen Waystones äh diese teleport Punkte und ich muss da nochmal ein kleines Lob an unseren Server Admin aussprechen ähm der hat nämlich den Server ein bisschen umgebaut der hat einen neuen Server dahingestellt und hat die ganze Welt noch rüber gezogen es läuft wesentlich besser okay cool also den habe ich nicht mehr gespielt ne da warst du nicht mehr dabei ähm danach also es ist mittlerweile nicht mehr das Problem vorher hatten wir das Problem man war mit dem Jetpack unterwegs man ist hingegangen hat die Geschwindigkeit auf 50% eingestellt ist ein bisschen geflogen und hat dann irgendwann schwarz um sich konnte nicht weiterfliegen weil man war halt vor einer unsichtbaren Wand weil der Server einfach nicht hinterher kam jetzt kannst du ohne Probleme mit 100% durch die Welt knallen und ähm das dauert eine ganze ganze Zeit bis der Server mal anfängt sich zu melden und zu sagen so hey ich kann nicht so schnell aufdecken wie du unterwegs bist dann könnte man jetzt vielleicht könnte ich ja vielleicht nochmal reingucken schauen wir mal ja also ich glaube das Problem haben wir zumindest nicht mehr mit Index ja wir halten euch auf dem Laufenden jetzt stürzen wir nochmal ab wegen wegen dem Modpack Entschuldigung wegen den Waystones äh aber das liegt halt an dem Mod selber und nicht an ähm an dem Server okay gut also wir halten euch auf dem Laufenden weil wir das Modpack durchgespielt haben falls man das überhaupt durchspielen kann wenn man nicht irgendwann sagt bis hierhin und nicht weiter so wie ich jetzt an dem Punkt war ähm ansonsten äh ihr kennt das Spielchen auf YouTube Like dalassen abonnieren falls ihr es noch nicht getan habt Kommentar schreiben was für Minecraft Mods ihr uns empfehlen würdet die wir mal spielen sollen vielleicht können wir da ja auch mal eine Videoreihe zu machen äh für alle die das auf allen anderen Podcast Plattformen hören hört auch weiter auf diesen Podcast Plattformen unserem Podcast zu oder kommt mal auf YouTube vorbei wir hören euch wir sehen euch ne wir schmecken euch nicht aber noch nicht das kommt auch bald also vielleicht und wenn ihr so nett sein wollt lasst dem Spezi noch ein stimmt kleines Like da weil der arme Kerl ist mit dem Corona erkrankt deswegen sind wir heute auch nur zu dritt unterwegs Schande über meine Haupt Entschuldigung Schande über unser aller Haupt das hätten wir eigentlich von vornherein schon sagen sollen aber heute nur zu dritt weil Spezi leider krank und der hört sich wohl tatsächlich überhaupt nicht gut an und ich kann halt nachvollziehen dass man dann nicht annähernd etwas teilnehmen möchte außer liegend auch verkaut vor sich hinvegetieren und äh deswegen gute Besserung an dieser Stelle um an unseren Spezi genau gute Besserung Spezi und dementsprechend noch allen anderen einen schönen Tag einen schönen Abend eine gute Nacht einen guten Morgen je nachdem wann ihr uns hört seht irgendwann vielleicht auch schmeckt bis dann ciao tschau 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 tschau